Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fahrlens 2.0 Folge 88 mit Wessl und Delta. Hallo. Hallo, ich bin auch wieder dabei. Yeah, alle am Start. Er hat uns mal nicht vergessen, Luma. Ist das zu fassen? Endlich. Endlich. Ihr habt mich vergessen. Du hast letztes Mal vergessen, dass es Samstag ist. Ich hatte mich. Ja, das hat mich vergessen. Seit Monaten nehmen wir jeden Samstag auf und dann fällt ihm plötzlich auf, oh scheiße, ich hab's vergessen. Eigentlich wusste ich's. Ich hab nur vergessen, Bescheid zu sagen, dass ich nicht kam. Das ist fast genauso schlimm. So, Delta ist zurück. Für euch fühlt es sich so an, als wenn Delta vorgestern erst da war. Der war drei Wochen im Urlaub. Naja, nicht ganz. Zwei Wochen. Aber anderthalb war ich im Urlaub. Dann erzähl mal, wie war's denn? Schön und leer. Schön und leer. Weil wir an der Ostsee waren. Da, wo wir immer sind. Das ist doch schön. Äh? Der Wessl ist schon wieder voll drin, ne? Schon wieder im Tunnel. Ja. Er kriegt schon wenigstens mit. Versucht gerade zu verstehen, wieso hier kein... ... ... ...klar dem Wasser ist. Voll. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was wir letzte Folge gemacht haben, Delta, weil das ist tatsächlich drei Wochen her. Also ich weiß, dass wir eine Special Folge gemacht haben, die heute rauskam, die fast eine Stunde ging. Aber was wir gemacht haben, weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß, dass ich die Batterien hier machen wollte. Also ich weiß, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen wollte. Weißt du noch, was du an meinem Aquarium gemacht hast, außer diese Drucktanks gebaut? War da noch was? Ja. Bestimmt. Vielleicht hab ich da noch was gemacht. Aber was weiß ich nicht. Ich hab irgendwas gemacht, ja, aber keine Ahnung was. Kannst dir nicht genau sagen. Es tut mir leid. Bitte verkloppt mich nicht. So, wir können ja mal so allgemein die Lage hier checken. Wir sind am Forschen und das geht nicht weiter, weil... ... ... ... ... ... Wir haben Alien-Forschung. Ja, das habe ich gesehen. Das hast du irgendwie vor zwei Folgen oder so, wo ich gerade bin. Tatsächlich. Gebaut. Ich bin... Mein Gehirn ist aus. Uns fehlen blaue Alien-Pakete. Okay, das heißt, wir müssen... ...wissen anfangen, Alien-Dingens zu bauen hier. Du hattest, glaube ich, zu wenig verunreinigtes Aquariumwasser. War das korrekt? Das war soweit korrekt. Weil das... ...das ist ja das, was ich hier herstelle, was wir unbedingt brauchen. Ganz genau. Davon brauchen wir viel. Ja, das geht so. Aber es sieht jetzt gut aus. Wobei das sich hier schon staut, das ganze Zeug. So ist ja nicht. Wir sind halt auch voll. Module sind voll. Was wurde bis gesagt? Ich sollte Module mal hier oben rein machen. Was hat der Ordinator gesagt? Hier bei der Fließbänder und so. Da passt gar nichts rein. Hast du dich noch... Du hast doch die Blaupause mit dem... ...Dings noch. Mit dem Modul-Insurter. Was für ein Teil? Du hast doch diese Blaupause mit dem Modul-Insurter. Kannst du einmal drüber ziehen. Ah ja. Mach ich. Wie ging das nochmal? Unten rechts. Da. Okay, gib ihm. Guck, so schnell geht das. Sind jetzt alle leeren Maschinen damit besetzt. Geil. Das war vielleicht nicht so klug. Die leeren. Dann kann man da nämlich nicht mehr die Sachen einstellen. Okay. So, wir haben ja die, äh... Die Aliens, die droppen ja jetzt keine Dinger mehr, ne? Ne, nur noch die Nester, glaube ich, ne? Ja. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Okay, das heißt, ich muss mich jetzt mal so ein bisschen reinfuchsen in die Geschichte hier, wie das funktioniert. Also, wenn wir das hier haben wollen, brauchen wir das hier. Wenn wir das hier haben wollen, brauchen wir das hier. Wenn wir das hier haben wollen, brauchen wir... Das hier. Wenn wir das haben wollen, brauchen wir... Das hier. Wenn wir das haben wollen, brauchen wir... Das hier. Wenn wir das haben wollen, brauchen wir... Das wird auch aus verunreinigtem Aquariumwasser gemacht. Ach nö. Scheiße. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles herstellen soll. Du hast ganz viel Rohrumpen gebaut. Wo habe ich Rohrumpen gebaut? Amalon. Hier. Bei Wesley habe ich viele Rohrumpen gebaut. Das kann sein. Irgendwas hatte ich hier gemacht. Irgendwas hatte da nicht so funktioniert, wie es sollte. Prozessoren hast du schon... Aha, Stücki. Stimmt, ja. Ich habe blaue Prozessoren angefangen. Jetzt kommt so langsam wieder der Hörnschmalz zurück. Wenn wir die Zuschauer nicht hätten. Hätten wir keine, das stimmt. Ah, klingt mal an, was hier Sache ist. Prozessoreinheiten. Hä, das ist ja schon fertig. Wie gut bin ich eigentlich? Der Beste. Ja, läuft. Wir können Prozessoreinheiten anfordern übrigens, ne? Ich wollte nur sagen. Äh, warte, bin der Vorderball. Das ist ja, ist ja schon cool. Ich habe hier die Tasche wieder bis Anschlag ist hier. Guck mal, ich habe schon. Das ist schön. Alles voll. Warte mal, hier das Gelb. Das wurde mir auch gesagt. Hier, gelben Scheiß. Der kann mal raus hier. Da habe ich mal ein bisschen Platz. Erzähl Wesley vom Bahnhof. Äh, baust du heute flüssiges Harz? Also, keine Ahnung, baue ich das? Welchen Bahnhof? Äh, ich habe einen Bahnhof gebaut. Okay. Ähm. Ja. Wo denn? Ich glaube, den hier. Da könntest du ja mal so die Zugstrecke kontrollieren, ob da noch alles richtig eingestellt ist. Oh. Okay, wir haben Prozessoreinheiten. Was bauen wir denn jetzt damit? Ich würde die mal abbrechen hier. Wenn die Forschung nicht da ist, brauchen wir es doch nicht forschen. Ähm. Ja, wenn das reicht von den Materialien. Ja. Dann muss er erst den ersten Bahnhof voll machen. Und dann bleibt erst was bei sich selber übrig. Und dann wird er es erst in den nächsten bringen. Das heißt, Eisenerz, Kupfererz 2 Bahnhof wird ganz zuletzt beliefert. Und wenn die anderen zu viel abnehmen, dann wird er nie was bekommen. Ja, das ist ja nur für diese, ähm, Katalysatoren da. Wo ist das denn? Ja. Das wird die Planlosfolge. Ah, guck mal hier. Grüne Wissenschaftspakete können wir bauen durch Prozessoreinheiten. Dann mache ich das mal, oder? Haben wir schon beide lila nennt? Ja, tatsächlich. Und orange. Gold Science Pack. Wollen wir eigentlich nicht. Hier brauchen wir dieses Gold Science Pack. Okay, grüne Prozessoreinheiten. Nach 10 Minuten weiß ich dann noch endlich, was hier Sache ist. Los geht's, hier. Mehr ein Biton, Freund. So. Womit fangen wir denn mal an? Wir könnten eigentlich, könnten wir die hier mal bauen, ne? Das machen wir jetzt mal. Ach ja, ich hatte zuletzt noch die Plantagen gemacht. Stimmt, du wolltest bohnen. Bohnen, ja, mache ich ja. War ich schon längst, dann mache ich ja nährstofffrei raus. Ja. Da war ja was. Titanium. Barings. Döns. Titanium haben wir, ne? Joa. Den kann ich ja umentern jetzt auf das hier. Ja. Fast Express. Fast Express. express stapel also habe ich ja so mit der steuerung das ist manchmal schwierig da müsst ihr hier schon irgendwo schmiermittel haben oder nicht ja haben wir doch schon hier haben immer hier bei den blauen fließbändern muss das doch sein oder die wochen wo haben wir hier schmiermittel nur hier hinten hier ist schmiermittel geht hier runter der geschichte flüssiges hart da gibt es noch sehr viel womit wir uns beschäftigen müssen so läuft hier auch ein davon rein machen und davon welche es ist wenn ich hier gar nichts anfordern warum knicken die denn nicht hier rüber was soll das du hattest im bahnhof aber ausgeschnitten also im bahnhof bei dem du den designer hast wer ist denn der neue hier im spiel der neue ist wesley der war letztes mal nicht dabei weil zudem meint so wir haben lithium-ion batterien cool war nicht viele war kein thermalwasser aber egal du hast mir gebaut da hinten ok wesley die kannst du direkt mal hier hinten irgendwo auf main bus bringen was die lithium-ion batterie gibt es die bei mir die bahnhof war schon gebaut ach so ja den musst du nur noch namen dran schreiben treibst du deinen namen dran und dann ist fertig ja ich würde mal wieder aliens klatschen gehen ja mach doch mal diese batterien zu lithium-ion da krieg ich jetzt hier mal geliefert oder eher nicht so ok da hast du mir das vor drei sekunden gesagt kannst du dich jetzt mal ich meine gar nicht dich ich meine rubis aber schön dass wesley sich direkt angesprochen hat ja ne ja hätte ja auch sein können man wollte ja was angeliefert haben wie heißen die batterien lithium-ion batterien lithium-ion batterien ich hab jetzt die lithium verstanden ey wieso fettet hier kein zug hin wer hat denn hier keine pumpen gesetzt hm hm warte mal belastend ich krieg ich druck auf dem kessel jetzt lithium-ion so jetzt geht ja mal was durch so ok ich bekomme die sehr schön dann können wir jetzt auch noch die anderen bauen mainbus 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 hast du gesagt ja kannst du so hier irgendwo so hin machen oder von mir so auch weiter hier hinten das ist mir egal ich zieh mir das schon dahin wo es hin muss ok dann können wir den hier auch nullen und nimm uns den scheiß mit was haben wir denn hier eigentlich fahr dir doch mal agrar-modul steigert den ertrag von landwirtschaftlichen produktionsprozessen nein wäre das nicht was für wesley hört sich gut an ja ne mach mal die hast du schon glaube ich die kleine montale maschine ne die hatte ich noch nicht ich habe ja gerade erst angefangen hier die titanium gears und so zu bauen die hatten wir ja vorher gar nicht aber meinst du als maschine ne ich glaube nicht haben wir die denn hier habe ich die normale montale maschine habe ich vergessen einen platz zu lassen und die anderen auf der karte fast besser erkennen wieso sind ach hier oben tatsächlich ok haben wir jetzt zwei maschinen wenn man den wieder tot hier wird ja natürlich geliefert wie wahnsinnig ne nein ey wir den schrott hier moin bierot moin fremder hey hallo fremder wer bist du danke ich weiß gar nicht wie ihr euch sowas merken könnt ihr seid voll wahnsinnig was denn ich habe gerade eine kleine montage maschine gebaut die habe ich gefühlt vor 40 folgen schon mal gebaut aber ich wusste das nicht mehr mal so im kasten die leute auf jeden fall was sieht es denn hier aus wir haben hier deutlich so wenig weil hier kommt ja gar nichts was fehlt mir was fehlt mir hä ja bitte woher kriegen die denn ihr material ich frage für einen freund wer ach so das kommt hier per ruby ja siehste deswegen flüssiges harz aha fieberglas wo baue ich die denn äh warte das da kann ich mich noch halbwegs dran erinnern da naja die habe ich so semi automatisch gebaut naja jetzt jetzt wird ein schuh draus da habe ich mich mit rumgeschlagen mit der kacke flüssiges harz hat einer bock flüssiges harz herzustellen in massen nee lass mal flüssiges harz ist richtig scheiße weißt du das eigentlich ich weiß hier die maschine habe ich zusammen geklüppelt vorletzte oder letzte folge das war so halbwegs provisorisch einfach was um zu gucken wie es läuft ja da muss ich jetzt ach man ach man fortgeschrittene chemiefabrik elektrolyse salierungsänder hier sogar elektrolyse ion batterie zug fährt fortgeschrittene chemiefabrik 2 ähm verlierung oh es fängt wieder an alles klar äh still jetzt fährt ja schon auf den weg ja gut ne ok dann machen wir uns mal ans flüssige harz aber in der nächsten folge nein auf keinen fall ich habe nicht das letzte mal gesagt da ihr mich ausgelassen haben machen wir jedes mal eine folge eine stunde lang nein ganze vergessen warum nicht darum weil wir heute mehr wie nur zwei folgen aufnehmen wollen wenn du was gut freunde dann würde ich sagen bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss tschüss tschüss